Q, Q wie Quark und da kann ich irgendwie nicht so viel sagen, R wie Razzia, ist halt jetzt Hells Angels und so. R wie Razzia, man hört ja jetzt von den Razzien bei den Hells und so weiter, die werden jetzt verboten und ja. S wie Sauerstoff, braucht jeder Mensch zum Atmen, glaube ich und was anderes braucht jeder Mensch auch so. T wie Tabaluga, habe ich geguckt, wo ich klein war, ja das schon, habe ich schon geguckt. U für Unisex, das ist auch so ein Friseur, glaube ich. Da habe ich auch mal meine Haare geschnitten, die machen so verrückte Styles. Und das heißt auch, Unisex, das wusste ich bis vor ein paar Jahren nicht, heißt halt auch, dass man das für beide Geschlechter benutzen kann. Wenn auf dem Parfüm oder auf der Klamotte Unisex draufsteht, dann ist es für Männlein und Weiblein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.